Poli, es sieht wirklich so toll aus, wie er das macht. Grüße. Jetzt kommen wir vor wie ein Zauberer. Und das weg, Rick. Fehler, Rick. Fehler, Rick. Fehler, Rick. Ich rühre in die drei. Was ist so, Rick? So, so. Genau. Es ist unglaublich, was dort passiert. Ja, ja, ja. Ja, Rick muss das abschalten. Gerade eben beim Ablenken hat er es wunderbar geschafft, ne? Denn was dort drüben passiert, ist unglaublich. Es ist unfassbar. Ah, meine Hände schwitzen. Oh, ich kann, ich kann. Ja. So, dies ist weg. Rick hat wieder alle Zeit der Welt. Das konnte nicht ewig gut gehen.